Wir von der FDP lieben Techno, lieben elektronische Tanzmusik. Viele in der Fraktion von uns sind damit groß geworden, auch ich. Seit Jahrzehnten hat sich eine tolle Club-Szene in Deutschland entwickelt und die ist in Gefahr. Diese Clubs haben es gerade schwer, die sterben überall aus. Und warum sterben sie aus? Nicht, weil du und ich nicht mehr tanzen gehen, sondern weil die Gesetze zurzeit gegen sie sind. Das Baugesetzbuch, die Bautnutzungsverordnung machen ihnen das Leben schwer. Clubs werden oft in Gewerbegebiete abgedrängt. Da gehören sie gar nicht hin, sie gehören mitten rein in die Stadt. Deshalb gibt es bei uns einen Antrag, den wir gestellt haben, Clubs nicht mehr als Vergnügungsstätten, sondern als Kultur anzusehen und sie in der Bautnutzungsverordnung zu ändern. Außerdem wissen wir, dass Clubbesitzer Unternehmer sind. Bürokratie, Steuern, all das macht ihnen das Leben schwer. Auch da wollen wir ran, damit du und ich in nächster Zeit auch weiter feiern gehen können. Denn Clubs gehören zur Kultur in Deutschland mit dazu. Wir brauchen sie.